Aber na gut, lässt sich wohl nicht ändern. Dann schmeißen wir die Santa Maria auch mal raus. Wir haben momentan drei Santa Marias. Äh, das sind die ganz, ganz alten Kolonieschiffe. Achso, ja. Eine Santa Maria ist immer noch seit Ewigkeiten auf dem Weg nach Schrein. Das wäre ein wenig fies, wenn wir die jetzt schrotten würden. Wie viele Jahre brauchst du denn noch? Du brauchst noch... Doppelklicken. Sechs Jahre. Kannst du das irgendwie schneller? Vier Jahre? Zwei Jahre? Warum bist du nicht von vornherein so schnell geflogen? So, zwei Jahre. Ähm, ja. Ich kann noch zwei Jahre warten. Du hast doch Kolonisten dabei? Sehr schön. Also den Bauplan schrotten wir erstmal nicht. Was haben wir noch? Wir haben noch Change of Heart. Davon haben wir irgendwo ein. Aber die können wir nicht auf unsere Planeten einsetzen. Und ich finde es alber damit zum Gegner zu fliegen. Denn wenn wir schon mit irgendwelchen Schiffen zum Gegner fliegen, den will ich noch kaputt machen. Und nicht seine Umwelt zerstören. Das ist irgendwie... Nee. Also die kommen weg. Bauplan löschen. Wir haben sechs Change of Hearts. Die können alle weg. Ja. Was haben wir noch? Wir haben einen mittleren Frachter. Hm. Die benutzen wir gerade alle für unsere Transportflotten. Das ist nicht so gut. Zerstörer leicht. Das ist unser allererstes Design gewesen. Die waren tierisch schlecht. Also ein Zerstörer leicht gegen ein Blade verliert, ohne einen Schuss abgefeuert zu haben quasi. Also wir hatten ja diesen einen Kampf gehabt, wo fünf von diesen hier gegen fünf Blades gekämpft haben. Und die Blades haben uns zerschossen, ohne dass wir ein Schadensproblem verursacht haben. Also die können auf jeden Fall weg. Wir haben davon noch 25 Stück. Sollen die trotzdem weg. Ja. Dann haben wir noch Langstreckenfrachter 1. Ein Teil unserer Transportflotten werden auch noch aus denen bestehen. Lassen wir also erstmal den Minenleger. Den können wir eh so lassen wie er ist. Also wir könnten eigentlich den Scanner noch rausnehmen. Und den Antrieb, wenn das ginge. Die werden ja einfach irgendwo gebaut und bleiben dann da. Auch wenn wir die mal ein bisschen aktiver nutzen könnten. Also wir könnten einfach hier mitten im All-Minenleger parken und das hier alles voll spammen. Aber ja, erstmal nicht. Erstmal wollen wir jetzt weiter hier gucken. Den Bomber, den können wir rausschmeißen. Da gab es doch keine Melde und das ist sehr gut. Äh, Kolonisierungsschiff Nummer 2. Gab es auch keine Meldung. Sehr gut. Kreuze, Verteidiger. Davon haben wir sehr viele. Verteidiger, Laser haben wir auch noch recht viele. Die sollten wir erst schröten, wenn wir sicher sind, dass wir auf jedem Planeten die 9 guten Schiffe haben. Genau, Super-Treibstoff-Tank. Dich kopieren wir jetzt mal. Und du bist nicht mehr Super-Treibstoff-Tank, sondern du bist 3 Super-Treibstoff-Tank. Kriegst einen neuen Antrieb. Nö, 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 da. Und du kriegst, ah, du hast nur einen Scanner-Platz. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Abbrechen. Verfügbare Pläne. Aufklärer. Hat auch nur einen Scanner-Platz. So viel zu meiner Taktik, dass wir ein Schiff haben mit zwei Scanner-Plätzen, wo wir dann beide guten Scanner reinpacken können und den dann als Aufklärer für die Schablone der Angriffsflieger und der Transporter nehmen könnten. Wer hat denn zwei Scanner-Plätze? Vielleicht der Privateer? Panzer 2, Mechel. Allzweck bis zu 1. Ja, wir können den Privateer dafür benutzen. Auch wenn der recht viel Ironium kostet. Was ist mit... Großer Frachter? Großer Frachter. Aber die sind ja eigentlich zum Transportieren da und nicht zum Aufscannen. Und was könnte man kombinieren? Wir haben denn die normalen Frachter als Großteil unserer Frachtflotte. Die haben keinen Scanner und wir haben einen großen Frachter, der die Scanner hat als extra Bauplan. Damit wir nicht Ressourcen verschwenden. Oder wir nehmen einen Aufklärer, der fast gar nichts kostet. Und haben dann zwei verschiedene Aufklärer. Aber das finde ich doof. Hm. Das haben wir noch so. Scanner bis zu 2 bei der Frigate. Frigate kostet auch fast nichts. Sehr gut. Das ist unser neuer Scout. Kopieren. Schön, dass es doch noch was gab, was nicht so viel kostet. Also du kriegst den besten Antrieb. Du kriegst keine Schilde, keine Panzerungen. Dafür kriegst du einen Schimpansen-Scanner. Der ist die große Reichweite. 275 Lichtjahre. Das ist gut. Und wo war der andere? Delfin-Scanner. Der hier kann auch innerhalb von 100 Lichtjahren die Flotten im Orbit sehen. Der kommt in Allzweck rein. Scanner-Reichweite. Warte mal. Okay, also die erste Zahl ist, wie weit er im All gucken kann. Die zweite Zahl ist, in welchem Radius er die Flotten im Orbit sehen kann. Das heißt, die stacken wirklich sehr, sehr schön. Du bist jetzt unser 3-Scout. Hast die guten Antriebe, hast die Scanner. Mehr brauchst du nicht. Stacken die? Ich gucke mal ganz so. Das ist jetzt 100. 118. Also ja, sie stacken, aber nur mit minimalem Vorteil. Und die sind richtig teuer. Kann das sein? Ne, 13. Ah, der Antriebe ist richtig teuer. Aber Geschwindigkeit hat halt seinen Preis. Gut, das ist unser 3er-Scout. Fertig. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt noch die Angriffsschiffe. Warum bist du jetzt da ganz oben? Ich hasse diese Liste. Ich... Ne... Kann ich die irgendwie sortieren? Verschieben oder so? Gehen wir kurz zu simpel. Minlega. Minlega legt Min. So. Jetzt zu simpel. Können wir hier die Liste irgendwie verschieben? Nach oben? Nach unten? Ne, das ist nur das Rechte. Also das Spiel ist richtig cool. Ich finde das sehr interessant und sehr viel Micromanagement und was auch immer. Aber solche Kleinigkeiten, die regen mich richtig auf. Und ja, es ist nur die Optik. Aber inzwischen müsstet ihr mich erkennen, wie ich auf solche Sachen reagiere. Aber gut, wir werden uns dann einfach daran orientieren, dass die 3 davor steht. Und alles andere wird ignoriert und nach und nach zerschrottet. Also, abbrechen zum Designer. Jetzt hätten wir gerne die Angriffsschiffe. Da nehmen wir verfügbare Baupläne. Galeone. Bist du ein Angriffsschiff? Fracht 1000, das irritiert mich ein wenig. Kreuzer. Hm. 4 Waffen. Eventuell 6 Waffen. Galeone. Auch 6 Waffen. Und noch jede Menge Elektronikzeug. Aber ich denke mal, das wird eher ein Support-Schiff sein. Oder ein guter Allrounder. Mindestens 4 Triebwerke. Wow. Das ist richtig teuer. Ne, komm, wir bleiben bei unserem Kreuzer. Also, Bauplan kopieren. Du bist jetzt unser 3-Kreuzer. Eigentlich hätte ich gerne ein 3-Kreuzer-Angriff mit dem besten Antrieb. Und ein 3-Kreuzer-Verteidigung mit eigentlich gar keinem Antrieb. Weil es vom Ressourcen-Management her am meisten Sinn macht. Weil man nichts verschwendet. Aber da wir jetzt begrenzte Baupläne haben, bin ich da jetzt echt ein wenig... Okay, bauen wir erst mal einen Angreifer. Gucken wir dann weiter. Kreuzer-Angreifer. Das heißt, der Angreifer braucht... ...ganz schnell ein Triebwerk. Dafür braucht er zwei Stück. Oh, das geht in die Kosten. Ähm, Scanner braucht er keinen. Er braucht Schilde. Schild, Elektronik oder Make? Da kann Panzerung rein. Also die Schilde machen 60 Schutz. Das ist nicht viel. Wir haben Schilde aber noch nicht besonders gut erforscht. Das hier macht 180. Aber muss repariert werden. Also Schild da rein. Eins, zweimal. Und wir sollten aufs Gewicht achten. Denn das nächste Sprungtor, das wir erforschen können, nimmt nur 300 Kilotonnen. Und da sind wir ja gleich. Und da werden wir richtig schnell rüberkommen. Torpedos. Ja, kommen wir viel zu schnell rüber. Nö, dann wird er wohl keine Sprungtore benutzen können. Also wir haben jetzt sechs Torpedos. Die haben eine Trefferchance von 60. Das heißt, wir brauchen noch zwei Zielcomputer. Obwohl, es gibt jetzt neue Computer. Die machen 30%. Genauigkeit und zwei Angriffsvorteile. Außerdem wird damit die Wirksamkeit feindlicher Störer, habe ich gesagt, gesetzt. Gut, davon nehmen wir mal einen mit. Also wir könnten jetzt ein Schild reinbauen. Damit wir nicht jedes Mal Lackkratzer bekommen, die wir reparieren müssten. Oder wir könnten noch einen zweiten hiervon einbauen. Und wir sind jetzt schon bei 90% Treffsicherheit. Aber, wenn der Gegner einen Störer hat, wird es runtergesetzt. Und das war es eigentlich schon. Und 90% ist ziemlich gut. Vor allem, wir schießen ja auch sechs Mal. Also wir sollten lieber irgendwas anderes noch einsetzen. Und was haben wir noch zur Auswahl? Wir haben Strahlenreflektoren. Dadurch kriegen wir weniger Schaden durch Strahlenwaffen. Ich denke nicht, dass ein Gegner nahe genug rankommt an eine Flotte aus diesen Torpedoschmeißern, um in der Strahlenwaffe anzugreifen. Das brauchen wir also nicht. Überdruckmaschine. Hiermit könnten wir uns schneller bewegen. Wir wollen uns gar nicht bewegen. Wir wollen wegfliegen. Also am linken Kartenrand bleiben. Das heißt, das bringt uns, glaube ich, gar nichts. Das also auch nicht. Treibstofftanks. Ne, dafür haben wir die Treibstofftransporter. Ein Störer, damit der Gegner uns nicht angreifen kann. Lenkt mit 20% Wahrscheinlichkeit anfliegende Torpedos ab. Abgelenkte Torpedos können trotzdem noch die Schilde schwächen. Wir haben keine Schilde. Ha. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wiegt aber 392 Kilotonnen und richtig viele Ressourcen. Noch irgendwas, was wir machen könnten. Wir könnten noch ein Tarnfeld reinbauen. Tarnt jedes Schiff mit einem Wirkungsgrad von bis zu 55%. Ne, das war's. Bomben sind für ein anderes Schiff. Und die Phaser haben nur eine Reichweite von 3. Oh, die Delta-Tropäer haben nur eine Reichweite von 4. Ich hätte schwören können, die hätten mehr gehabt. Die haben alle... Oh, die haben alle 4. Wie viel Schaden macht ihr denn? Ihr macht Kraft 26, Vorteil 1. 26, Vorteil 5. Und die treffen immer. Schmeiße ich das ganze Design jetzt über den Haufen. Also das sind unsere Langstreckenkämpfe. Also, wenn diese Bauplanbeschränkung immer noch nicht da wäre, dann hätte ich jetzt sogar zwei verschiedene Angreifer. Denn ich hätte einmal Fernkampfangreifer, die schön hinten bleiben. Und ich hätte Nahkampfangreifer. Die dann mit den kolonialen Phasern ausgestattet sind. Weil die anscheinend besser sind. Und halt nur ein Feld weniger Reichweite haben. Na... Also, was machen wir jetzt? Die Torpedos klingen eigentlich recht gut. Und ein Feld ist nicht so wenig. Das ganze Feld ist glaube ich nur 10. Das ganze Spielfeld ist nur 10 kleine Kästchen groß. Oder so ähnlich. Okay, wir machen den erstmal so, wie er jetzt ist. Klicken auf OK. Fertig. Und gucken mal, ob wir hier irgendwo eine Schlacht haben. Genau hier. Go to Zeiger. Das Feld ist... 2, 4, 6, 8, 10 Felder groß. Wir können 4 Felder weit schießen. Also wenn wir hier links anfangen, können wir 1, 2, 3, 4 bis hier hin schießen. Das ist schon ordentlich. Und meistens bewegen sie sich auf uns zu. Also die erste... Ist das die erste Runde? Runde 1 von 6. Okay, also die starten gar nicht ganz am Kartenrad, sondern schon hier. Und der auch. Und wir können 4 Felder weit schießen. Also 1, 2, 3, 4. Hier hin. Nächste Runde. Ein Feld vor. 1, 2, 3, 4. Also wenn er sich nicht bewegt... Sind wir in Runde... Runde 2 von 6? Ach, Phase 3 von 21. Was sind denn Phasen und Runden? Ich bin verwirrt. Also das ist jetzt Phase 1. Phase 2. Phase 3. Phase 4. Ach, der Kampf zählt als Phase. Der Schuss. Also nach 4 Runden sind wir in Anlaufsreichweite. Das ist okay. Ja, ne. Also wir lassen das Design jetzt so, wie es ist. Das eine Feld macht dann doch schon was aus. Also wir haben unseren Scout. Wir haben unseren Kreuzerangreifer. Wie viel Platz haben wir jetzt noch hier? 16 Stück waren das, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Wir hätten noch Platz für einen Kreuzerangreifer. Das heißt, den machen wir auch nochmal kurz. Wir hätten gerne Kreuzer. So. Du bist jetzt unser Kreuzerverteidiger. Und vorher die 3. 1, 2, 3. So. Du brauchst gar keinen Antrieb. Oh, was bringst du auch? Braucht ihr hier plötzlich Vorteil 5? Und dahinter liegende Zahl. 3, Viertel. Was machst du? 5, 1. Oh. Vorteil Reichweite. Ich glaube, das hängt mit der Geschwindigkeit im Kampf zusammen. Um. Das war's für heute.